Mein Name ist Matthias Fendt, ich komme aus der School Group und bin langer Fotograf und was mich motiviert ist, dass in der Region etwas passiert und ich habe einfach Lust, daran teilzunehmen und das Ganze auch zu teilen und zu verbreiten, weil ich es wichtig finde, dass auch Leute in der Region, von der Region mehr erfahren. Eigentlich durch Snowboarden, das mich sehr geprägt hat und da hat es die Anfänger gegeben, einfach seine Sachen, was man macht, im Snowboarden zu verbreiten und da war eins eben die Fotografie und dass es einfach mehr Leute sehen und das auch herzeigen kann und das war eigentlich der Ursprung von meiner Fotografie. Also mein eingesendetes Fotos steht für mich für Freiheit und auch für Geschichte und auch vielleicht für die Zukunft und zwar die Zugspitze und das ganze Drumherum hat einfach meine Jugend und so geprägt und mein ganzer Freundeskreis ist da entstanden und der weitere Lebensweg ist da entstanden und ich gehe jetzt einfach noch sehr gern auf die Zugspitze, ob es im Sommer ist oder im Winter zum Skifahren und einfach die Berge schenken mir gerne die innere Kraft und natürlich die Zugspitze in unserer Region als höchster Punkt. Es ist einfach immer wieder schön oben zu sein.